In der ersten Folge haben wir natürlich nicht nur unser Team erstellt, sondern konnten auch Harder und Laie für 99 Spiele uns abholen. Vicky Lopez haben wir in die Evo getan, weil wir sie gezogen haben und das passte wunderbar. Haben dann natürlich direkt ein Team gebaut, ein paar Rivals Matches gemacht und als Bonus sogar Victor Osimann direkt als Inform in der ersten Folge gezogen. So geht's weiter. Und David Herzog kommt zu Folge Nummer 2 von meiner Tods Pack to Glory bzw. 50 Tage Pack to Glory, die wir starten heute mit Tag 2 bis 3. Und damit gehen wir auch schon rein. Ihr habt das Team gesehen, ihr habt auch noch gerade mal den kleinen Rückblick gesehen. Osimann war wie gesagt das absolute Highlight. Und heute stand erstmal an, dass wir natürlich Vicky Lopez weiterleveln, dass wir ein paar Heroes freispielen können. Ihr habt es gerade schon ganz kurz gesehen, mir fehlt nur noch ein Spiel für Nadine Kessler Hero. Und ja, generell recht viel zu tun in der heutigen Folge. Wir müssen natürlich unser Team upgraden. Ich muss noch ein bisschen Rivals spielen, ich muss nicht für die WL qualifizieren. Wir haben ein paar SBCs zu machen. Wir müssen natürlich vor allem im besten Fall mal eine bessere Abwehr kriegen. Aber alles natürlich Step by Step und ja auch ein paar Coins sammeln. Das wäre auch ganz nett. Also da habe ich jetzt schon einige Ziele aufgezählt. Das ist das Team, was wir aktuell haben. Ihr seht es, wir haben noch zwei Non-Rash-Spieler in der Abwehr und Acerbi mit 60 Pace. Also zwei Non-Rash und 60 Pace IV reicht vielleicht noch so gerade eben für Division 9. Aber ihr seht es, die Teams werden auch schon deutlich besser. Da spielen wir dann auf jeden Fall auch teilweise mal gegen Icons und so weiter und so fort. Aber ja, so für die Weekend League und gerade auch im Hinblick natürlich auf die nächste Woche, wenn denn dann das Tods da ist und wir dann die erste WL spielen, da brauchen wir auf jeden Fall ja, also beziehungsweise die erste richtige WL dann spielen wollen. Wo wir dann auch im besten Fall 14 oder eigentlich sogar wahrscheinlich 16 Sieger holen wollen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Abwehr. Oseman habe ich natürlich vorne in den Sturm reingestellt, neben Haaland. Und ich habe tatsächlich, obwohl die ersten oder das erste Spiel auch sehr gut lief mit Oseman, der auch direkt ein paar Tore gemacht hat. Ich habe schon gemerkt, dass Oseman und Haaland nebeneinander zu ähnlich sind. Und einfach zwei Spielertypen, die können halt beide nur schießen und rennen. Und das fand ich nicht so geil. Unser Vereinsamt haben wir natürlich auch noch geändert. Wenn das Vorschlag kam von meiner Community, von einem meiner Mods, ich ziehe dann mal 50 Tage auf ziehe dann mal durch. Einer der absoluten Random-Namen, ja, ich weiß nicht, wer von euch so heißt. Aber dann natürlich zur Pack-to-Glory, ich ziehe dann 50 Tage. Passte, wie ich finde, sehr gut. Das ist also unser aktueller Clubname, den können wir natürlich aber auch immer nochmal wieder anpassen. Wenn ihr da Vorschläge habt, gerne mal rein damit in die Kommentare, dann würde ich das vielleicht auch zeitlang nochmal abändern. Und wir haben, wie gesagt, Nadine Kessler freigespielt. Die hat ja eine Hero-Karte aus der Deutschen Frauenliga, das ist sehr gut. Also generell, diese Heroes werden mir, glaube ich, auf Dauer noch richtig weiterhelfen. Ich habe nicht vor, sie in eine SBC zu tun, auch wenn ich sie ja nicht mehr brauche. Weil zum Beispiel, es wird ja sehr wahrscheinlich auch Frauen-Tops geben. Und dann kommt so eine Alexandra-Pop, ja, und bei einer Pack-to-Glory ist das schwerer immer, dass wir die Top-Karten miteinander verlinken können. Und da helfen mir die Heroes halt brutal. Also eine Nadine Kessler wird mir mit Sicherheit noch eine Menge weiterhelfen. Nicht nur natürlich zeitnah, wenn ich sie dann ins Team einbaue, sondern einfach und alleine langfristig auch so ein Paulo-Futre oder ein Tevez, den wir ja noch kriegen, oder Abedi Pelé und die Natale. Also das sind die, die ich jetzt nach und nach freispielen kann, durch das Objective von EA. Und das ist natürlich ziemlich, 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 ziemlich geil. Ich habe auch hier dann natürlich wieder weiter meine Punkte gesammelt für die WL, beziehungsweise für die WL-Quali. Ihr seht, ich habe dann teilweise auch Spiele echt hoch gewonnen. Da habe ich euch jetzt nicht jedes dieser Tore reingeschnitten. Es wäre ein bisschen zu eintönig gewesen manchmal. Oder ich habe das schon gemerkt, dass aufgrund meines recht schlechten Teams, die Gegner auch ungern rausquitten. Also ich weiß nicht, ob ein paar Leute sich denken, gegen so ein Team kann ich ja eigentlich überhaupt nicht verlieren. Oder ein paar Leute, ich glaube dadurch, dass ich in Division 9 war, haben viele auch einfach gar nicht darüber nachgedacht rauszugehen. Der ist dann bei einem 9-0 oder so raus. Ja, hin und wieder habe ich dann einfach mal wieder so ein paar Packs bekommen. Konnte mal wieder ein paar Karten sammeln. Und unter anderem auch einen 80-Plus-Pick. Und da habe ich dann gehofft, dass wir einen vernünftigen Abwehrspieler kriegen. Denn das Problem ist ja aktuell bekannt. Im besten Fall wäre natürlich ein Spieler von Manchester City, damit ich auch Hala weiterhin verlegen könnte. Also zum Beispiel so ein Guardiol-Gold, so ein Akanji, so ein Walker wäre natürlich auch super, weil mein Laien Lorente auch jetzt zeitnah ausläuft. Und da brauche ich auch auf jeden Fall dann bald nochmal einen neuen Außenverteidiger. Aber es war in Anführungszeichen nur Jude Brandt. Die habe ich dann trotzdem mal mitgenommen, weil sie ein bisschen Tempo hat. Und ja, ihr seht schon, Vicky Lopez war natürlich wieder im Einsatz. Ich habe mich absolut verliebt in ihrer Haarpracht. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber das ist wirklich die mit Abstand coolste Evo, die mit Abstand coolste Karte. Und ihr ist ja auch der heutige Titel und der heutigen Folge gewidmet. Denn Vicky Lopez, wir werden sie heute ordentlich hochleveln können. Wir sind gestartet mit einer 73, glaube ich, dann auf eine 79, dann auf eine 88. Und jetzt geht es nur noch darum, dass wir die 88 verfeinern. Und dann wird sie auch radioactive, was sehr hilfreich ist. Da kann ich sie auch einfach in Zukunft immer wieder ins Team stellen. Kann zwar nur linker Flügel und ZOM, also gar nicht mal so ultra viele Positionen. Aber ich habe schon gemerkt, dass es eine wirklich gute Karte ist, dass sie sich einfach sehr gut spielen lässt. Ja, siebten Sieg habe ich geholt in Div 8. Also so gesehen genug, um die Rewards zu haben. Mal schauen, wie viele Rivals ich noch spielen werde. Wie hoch ich mich da jetzt spiele. Ich brauche allerdings noch 50 EP. Also das hat nicht ganz gereicht. Beziehungsweise 50 von den Footchamps-Punkten. EP ist ja das von dem Season Pass. Von daher musste ich netterweise von EA natürlich noch ein Rivals-Game rein. Ich habe mich sehr gefreut, bis ich dann endlich die WL-Quali starten konnte. Also wie viel ich zocke. Ich meine, die Rivals Rewards lohnen sich schon langfristig, da vielleicht so in Division 3 oder 2 zu sein. Es ist halt ein sehr hoher spielerischer, zeitlicher Aufwand für mich. Weil es natürlich einfach viele Spiele sind. Durch die Streak geht es ein bisschen. Aber ja, man muss halt schon wirklich, also bis Div 2 muss ich bestimmt noch mal so 20, 30 Spiele spielen. Wird sich wahrscheinlich auf Dauer lohnen. Ob wir es diese Woche schaffen, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, Fokus war jetzt erstmal, dass ich an diesem Wochenende jetzt noch die Weekend League fertig spielen kann. Ihr seht die Folge jetzt am Montag. Und dann muss ich am Montag auch auf jeden Fall jetzt direkt die WL fertig heizen, damit ich euch dann in der nächsten Folge auch vielleicht die ersten WL-Rewards bringen kann. Zumindest schon mal so 9 oder 11 Siege sollten auf jeden Fall im besten Fall mit dem Team möglich sein. Dann 8 Siege hatten wir dann und damit auch die nächste Evo von Vicky Lopez. Also von einer 79, wir bekommen hier ein Plus 9 Overall. Aber irgendwie Werte nur so Plus 3 oder Plus 5 oder Plus 6 so gefühlt im Durchschnitt. Goldenen First Touch, also ein bisschen komisch, wie sie es aufgeteilt haben. Weil hier kriege ich jetzt, ihr seht es ja nochmal Plus 7 Tempo, nochmal Plus 9 Schießen, Technik, Plus Playstyle, Skill Moves. Und da ändert sich die Bewertung überhaupt nicht. Also ein bisschen eigenartig. Die ganzen Tore haben mir allerdings sehr viel geholfen, weil die Gegner teilweise nicht raus sind. Ich habe ein 10 mal 80 Plus geöffnet und ein 11 mal 81 Plus habe ich auch noch bekommen. Das ist ganz hilfreich. Diese Packs öffne ich noch. Das sage ich ganz bewusst. Ich werde auch natürlich mal irgendwann anfangen, ein paar SBCs zu sparen, beziehungsweise ein paar Packs zu sparen. Aber ich sage mal so, alles unter 84 würde ich an eurer Stelle auch öffnen, um damit dann einfach jetzt noch die besseren Packs zu machen. Also so werde ich es weiter in Hand haben. Ich versuche mit den ganzen schlechten Packs, zum Beispiel ich habe 4, 5 schlechtere Packs, dass ich dann damit so 2, 3 gute Packs mache. Vielleicht mal so ein 10 mal 300 Plus, vielleicht diese 11 mal 82 Plus. Und das ist natürlich ganz hilfreich. Und nebenbei, weil man braucht ja jede Menge Informs, nicht nur für Spieler-SBCs, sondern halt generell auch für die 10 mal 38 Plus beispielsweise, dass ich nebenbei auch noch wieder Inform-Picks machen kann. Denn die Inform-Picks helfen mir, wie gesagt, nicht nur für die SBCs, sondern vor allem sind die für unsere Pack-Delore wunderbar zu Beginn, dass ich da halt auch im besten Fall ganz gut spielbare Karten kriege. Spielbare Karten hatten wir nicht so wirklich viele drin. Wir hatten immer einen Schlotterbeck, der war wichtig oder der wird noch wichtig für das Team. Und Rabiot, der auch eine ganz gute Karte hat, aber im Zentral-Mittelfeld sind wir bisher eigentlich ganz gut aufgestellt. Und sind jetzt noch viel besser aufgestellt. Denn in dem Inform-Pick kam Jamal Musiala mit einer 88 raus. Also der zweite Inform ist es dann. Oder vielleicht auch der erste Inform, ich weiß nicht ganz genau. Er hat ja auch auf jeden Fall noch bessere Karten, seine Team-of-the-Year-Nominee-Karte beispielsweise. Ich glaube auch seine UCL-Team-of-the-Tournament-Karte ist es dann, glaube ich. Da hat er auf jeden Fall zwei Stück. Wir haben natürlich Jamal Musiala genommen, ist ganz klar. Das Geile ist, ich habe in den Pack davor Leroy Sané gezogen. Und Jamal Musiala würde auch theoretisch in diese Team-of-the-Week-Evo passen, die ja jetzt auch am Wochenende rauskam. Ich habe mir das hier schon mal angeschaut mit euch zusammen. Er hätte dann den Dreieckspass, wie gesagt, ein bisschen Tempo kriegt er. Der Dreieckspass ist auch richtig geil. Den hat auch beispielsweise Kessler. Ich mag generell Pass-Playstiles extrem gerne. Das passt zu meinem Spielstil super. Er hätte in dem Game dann 98 Dribbling. Sehr richtig gut aus. Aber ich habe noch 20 Tage Zeit und hebe mir das vielleicht noch mal ein bisschen auf. Wer weiß, was wir sonst noch ziehen. Ob ich da vielleicht noch eine Karte habe, zu der es noch besser passt. Aber Jamal Musiala kam natürlich erstmal direkt ins Team. Ihr seht, ich habe dann überlegt, was mache ich mit Campbell. Ich habe den für 24 Spiele, spiele ich den. Ich hatte jetzt zumindest mal Schlotterbeck, DiMarco, Karl und Vigo Stott hier in der IV. Und Harlan und Vicky Lopez auf Null Chemie. Vicky Lopez weiß ich ja, in ein paar Spielen ist sie ja sowieso automatisch auf Fullcam, hatte ich ja eben schon gesagt, wegen der Radioactive Chemie. Harlan habe ich einfach auf Null reingestellt. Zu dem passt halt jetzt gar nichts. Und ich dachte mir, also Harlan war sowieso gut genug. Er hatte beispielsweise, das hatte ich mal nachgeschaut, nach vier Spielen 19 Tore. Und hier hat Harlan dann auch wieder absolut krank genetzt. Ja, ihr seht schon, wir sind oben links in Champions. Das ist das erste Spiel der Footchamps-Quali. Also damit ging es dann weiter. Da habe ich, wie gesagt, das Team dann neu gebaut. So mehr oder weniger, es hat ja schon noch ein bisschen was verändert. Kessler war jetzt auch drin. Und mit Kessler und Musiala hatten wir auf jeden Fall jetzt ein richtig geiles Duo. Oseman und Harlan waren trotzdem wieder im Sturm. Und ja, dieses Spiel war wirklich eines der Besondersten, die ich auf jeden Fall hatte. Ihr seht das hier. Mein Gegner hat ein Team mit Charlton, mit Mbappé, mit CR7, mit Best, mit allem, was das Herz begehrt. Es war eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Der Gegner hat dann ein paar Tore gemacht und hat mir wirklich bei ausnahmslos jedem Tor den Gritty gedrückt. Und man muss sich ja das nochmal vor Augen führen. Unser Team ist ja wirklich noch nicht so gut. Ich habe mir auch wirklich in dem Spiel nichts zu Schulden kommen lassen. Aber irgendwie war der Gegner ein wenig gereizt. Hat hier zwischenzeitlich 5 zu 2 geführt. Wir kamen aber hier wieder zurück. Und ich hatte dann hier nach dem 2 zu 5 Jamal Musiala in den Sturm gestellt. Ich habe dann ein paar Flügel reingetan und habe Oseman raus. Also einfach einen etwas spielstärkeren Stürmer neben Harlan. Und nicht halt, wie gesagt, zwei Spieler, die einfach nur rennen und kaum passen können. Das war ein großes Problem, dass ich einfach keinen Sturm hatte, der gut passen kann. Großes Problem war auch für den Gegner, dass ich hier das 7 zu 6 noch gemacht habe mit Harlan. Da dachte ich eigentlich, dass er jetzt wahrscheinlich auf Zeit spielt. Hat aber hier direkt den Ball verloren. Und der angesprochene Jamal Musiala, unsere neue Informkarte, hat hier sogar das 7 zu 7 gemacht. Ich konnte leider kein Torjubel zurückmachen, weil es gab diese Next-Gen-Animation, die ja immer passiert, wenn man in den letzten 5 Minuten irgendwie so ein entscheidendes Tor macht. Somit ging es in die Verlängerung. Und da konnte ich das Ding dann aber klar machen. Hier stand es dann 9 zu 7. Das muss man sich mal vorstellen. Und in der 120. Minute, ich sage es euch ehrlich, da geht mir das mein persönliches FIFA-Herz auf. Ja, zum 10 zu 7 erstmal ein knackiger Gritty mit dem Laigowu. Denn wer zuletzt grittet, der grittet am besten. Das Sprichwort kennt man ja. Und der Gegner war gebrochen. Und somit konnten wir hier den Typen, der die ganze Idee wie genervt hat und rumgejubelt hat und uns provozieren wollte, 10 zu 7 rasiert nach Verlängerung. 17 Tore in dem ersten Spiel in der Champions-Quali. Was soll ich dazu sagen? Die Offensive läuft gut. Die Defensive, da kracht es komplett. Es gibt auch gleich nochmal einen Clip. Ist das in dem Spiel? Ich muss ganz kurz mal das Team hier angucken. Es geht nämlich um Ronaldinho. Der hat kein Ronaldinho. Gleich kommt ein Clip. Da seht ihr erstmal, wie schlecht meine Abwehr eigentlich ist. Mein Gegner konnte mich so easy überlaufen. Ich sage euch gleich Bescheid. Ich habe es extra lange mit reingeschnitten. Damit man das einfach mal sieht. Vorne war es wirklich eigentlich kein Problem. Auch hier seht ihr ja auch nochmal Vicky Lopp. Es ist generell relativ einfach, dieses Jahr Tore zu schießen im besten Fall. Und die Abwehr ist ja ein bisschen schwerer. Hier hat man es einfach gemerkt. Ich konnte alleine gegen zum Beispiel Kim Ming-Jae nicht einen Kopfball durchgewinnen. Ich habe den Torwart rausgemoved. Ich habe versucht Ozyman anzuwählen. Und er hat drei, vier Ecken nacheinander gemacht. Und Kim Ming-Jae, also daran merke ich einfach, dass es halt Karten gibt mit den passenden Playstyles. Wie zum Beispiel halt in der Luft von Kim Ming-Jae oder von Drogba oder von Zierkse oder von wem auch immer. Ich bin halt komplett chancenlos mit meinen Goldkarten, weil sie teilweise ja gar keinen goldenen Playstyle haben. Davon ganz so schweigen, dass sie wahrscheinlich auch viel, viel schlechtere Werte haben. Wie zum Beispiel Tempo oder Death. Ich merke das auch brutal, dass sie viel, viel weniger Bälle abblocken. Ansonsten geht es eigentlich. Also so Abfang und zum Beispiel jetzt auch 78 Pace hat in dem Fall ja, ich glaube Schlotterbeck. Der ist wirklich gut in-game. Aber du merkst es einfach an so knappen Szenen, dass dir die Abwehr brutal hilft. Für mich ehrlicherweise ganz, ganz angenehm. Klingt jetzt vielleicht falsch. Aber wenn ich dann mal auf meinem Main-Account wieder spiele, wo ich dann die ganzen, weiß nicht, jetzt sowas wie so ein Cannavaro in der IV habe, dann merke ich erstmal, wie viel das Team einem hilft. Und ich werde jetzt schon wieder besser. Ich merke das brutal, dass du einfach mit diesen Schrottkarten musst du dich halt viel, viel mehr konzentrieren und musst viel sauberer spielen. Ihr könnt das gerne auch nochmal ausprobieren, weil man spielt einfach nochmal deutlich sicherer. Und weil jeder Fehler wird halt bestraft. Also das Team verzeiht dir halt nichts, gerade in der Abwehr. Zehn Spiele hatte ich dann rum. Somit konnte ich den neuen Superstar hier transferieren. Paolo Futre, also nächste Hero-Karte. Die zweite nach zehn Spielen hat halt 81 Schießen, 80 Passen, drei Sterne Weakfoot. Das ist so ein bisschen so schwierig. Und ich habe auch immer noch keinen spanischen Torwart gehabt. Das hat sich zum Glück hier in dem Pack dann geändert. Das war wirklich sehr, sehr nice. Denn Unai Simon ist auch echt ein guter Torwart. Es gibt ja sonst noch den von Real Sociedad, den 84er. Junge, als hätte ich da nicht drauf kommen. Ich zack den ganzen Tag FIFA. Es gibt Unai Simon und... Wie heißt denn der 84er? Ihr wisst es bestimmt alle. Ich komme nicht drauf. Es ist wirklich unangenehm. Weißt du, da sitzt du den ganzen Tag vor der Konsole, siehst kein Sonnenlicht. Und dann fällt dir nicht mehr die 84er-Karte ein. Es tut mir leid, meine Freunde. Es ist Ramiro. Da, guck mal. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Ja, ich konnte dann den nächsten Pick öffnen. Und habe hier Rui Diaz gepackt. Das war geil, weil die Jule Brandt doppelt hatte. Rui Diaz, nicht nur super, weil der ist ein kleiner beweglicher Stürmer. Ich hatte ja die Problematik schon häufig angesprochen. Sondern natürlich auch super für SBCs. Team habe ich wieder ein bisschen umgebaut. Ich habe einen neuen IV reingestellt. Der Mann hat 68 Pace und irgendwie 67 Physis. War aber in dem Game ziemlich gut. Und so konnte ich dann auch im Paulo Futre vorne spielen. Den wollte ich nämlich einfach mal nach vorne tun. Weil, ne, neben Hart... Also auch, weil ich ihn testen wollte. Sané konnte ich nicht raustun wegen der Chemie. Weil ich mit den ganzen Deutschen ja das ganz gut voll linke. Also ich habe aktuell fünf Deutsche drin gehabt. Und natürlich wegen Jamal, Musiala. Und weil Sané sich auch echt gut spielen lässt. Also Sané, über den habe ich noch so gar kein Wort verloren. Der ist auch wirklich sehr, sehr geil gewesen. Und natürlich Vicky Lopez ist sowieso klar, dass wir den drin lassen, weil wir sie noch weiterleveln. Und Haaland ist einfach der, der jeden Ball rein schießt. Und da kann man es auch nochmal sehen. Also Gold Haaland spielt sich immer noch so unfassbar geil. Ich finde das echt crazy. Ja, die Defensive stand natürlich auch in der Partie wieder 1-A. Ich habe nur fünf Tore bekommen. Also halten wir fest, nach den ersten drei Spielen war ich bei 15 Gegentoren. Aber wir haben alle drei Spiele gewonnen. Und das ist das Wichtige. Konnte dann nebenbei hier zumindest nochmal ein 5x84 Plus freischalten. Aber ich habe das erstmal behalten. Also mein Plan war, diese ganzen Packs für die Tore, dass ich die schon mal safe. Denn da kriege ich jetzt nur noch so ein Doppel-85 Plus, so ein 3x6 Plus, 5x4 Plus. Diese ganzen Packs brauche ich gerade nicht unbedingt. Die sparen wir uns auf dafür, wenn das Tots kommt. Das heißt, diese Objective, ich bin jetzt ja bei 50 Toren. Ich kriege da jetzt echt noch viel. Die 200 Tore schaffe ich auch auf jeden Fall noch bis zum Tots Release. Würde eh nicht eilen. Ich kann es ja auch einfach noch, wenn es zwei, drei Tage läuft, kann ich es ja auch nochmal mir anschauen. Oder die dann halt abholen und ziehen. Aber trotzdem, wie gesagt, ganz hilfreich. Dann, das wollte ich euch zeigen, richtig geiles Team, gegen das wir hier spielen. So ein Eredevise-Holland-Team. Das war echt cool. Auch Paolo Futre und Sierhus hat er in die Evo reingetan. Also den POTM. Eine Karte, die man nie sieht, hat es mir auch direkt ein Tor gedrückt. Ich dachte mir, ey geil, endlich mal jemand, der ein wirklich cooles, kreatives Teamspiel, aber auch trotzdem ein gutes, hat mich so ein bisschen erinnert an das, was ich ja sonst auch gerne immer, immer, immer wieder mache. Zu viel loben kann ich den Gegner allerdings nicht. Ich habe den Ausdicht gemacht und das Spiel war dann leider vorbei, bevor ich das Tor machen konnte. Das war sehr ärgerlich, denn ich bin ja gerade aufs Tor zugelaufen mit Haaland. Ihr habt es gesehen. Aber ich konnte dann, obwohl ich den Sieg natürlich nicht bekommen habe, hatte ich immer nie Spiele, vier Partien in Rivals oder Champions, konnte die aufgabefällig machen und unsere Vicky, ja, Vicky und die starken Männer ist endlich vollbracht, können wir ein Häkchen dran machen. 86 schießen, 90 dribbling, 91 Tempo, Radioactive, Technik, Playstyle und First Touch. Also am Ball ist sie auf jeden Fall perfekt, ja, weil sie nimmt jeden Ball richtig gut an und kann top dribbeln. Das ist top und dann habe ich überlegt, welche Evo macht sie als nächstes. Ihr seht das, in sieben Stunden zu dem Zeitpunkt, jetzt ist sie schon abgelaufen, läuft Eleganz im Abwärtszentrum. Also läuft noch sieben Stunden. Ihr habt es gesehen, Schlotterbeck eignete sich perfekt, aber ich habe es ehrlicherweise als Schalker nicht über das Herz gebracht, Nico Schlotterbeck in die Evo reinzutun. Ich habe es erstmal gelassen. Es wäre komplett sinnvoll gewesen für unsere Pacto Glory, aber ich konnte es nicht. Apropos, ich konnte es nicht. Guckt euch das mal hier an. Mein Gegner rennt mit Ronaldinho einfach von der eigenen Hälfte los. In der Mitte steht Nemanja Vidic und ich kassiere so eine Bude. Er rennt einfach nur über die Außen. Ich komme mit meiner Karl nicht hinterher und kriege ja auch noch so einen komischen Jubel von Vidic. Ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig. Das war das Tor, was ich euch eben zeigen wollte. Daran sieht man, wie langsam meine Spieler dann teilweise sind. Ich meine, es ist ja auch klar, Karl hat in Amtsreich nur 80 Pace, ich habe es halt nicht perfekt verteidigt, sondern bin einmal so ein bisschen stehen geblieben. Und ja, so schnell geht das. Ronaldinho hat mir ja auch direkt Tor Nummer 2 gedrückt. Zum Glück war der Gegner defensiv wirklich nicht so gut. Und ich konnte hier mit Haaland auch wieder ordentlich netzen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir haben dann, wie gesagt, ordentlich weitergespielt, hatten hier einen Elfer. Den habe ich natürlich auch wieder gemacht mit Vicky. Für mich die Möglichkeit, nochmal darauf aufmerksam zu machen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Mein Merch kam am Wochenende raus. Beispielsweise hier die geile Sporttrinkflasche, die ihr mitnehmen könnt. Könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Gerne mal vorbeischauen. Ich habe schon von echt vielen gehört, dass sie sich was bestellt haben. Da wollte ich mich an der Stelle schon mal direkt bedanken. Auch viele haben es direkt mal in meinen Stream reingeschrieben. Das bedeuten mir wirklich viel. Und freut mich sehr, wenn es gut bei euch ankommt. Also wenn das für euch, wie gesagt, interessant ist, checkt das einfach gerne mal ab. Wir haben da ein paar coole Sachen vorbereitet. Und da wird es dann, wenn es so weiter gut bei euch ankommt, auch in Zukunft noch mal mehr geben. Ja, jetzt nicht, natürlich jetzt nicht in einer Woche, aber vielleicht mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Droppe ich dann vielleicht nochmal was anderes. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Finde ich echt cool. Und wurde mal Zeit. Wurde mal Zeit. Deswegen sehr, sehr geil. Ja, das nächste Spiel konnte ich gewinnen. Ihr habt es gesehen. Somit waren wir weiterhin ungeschlagen. Also weder ein Unentschieden noch eine Niederlage. Ich hatte dann die Tagesziele hier zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal fertig gemacht. Auch das ist logischerweise hilfreich. Habe dann immer mal wieder im Jahr mal so ein paar 80er, 82er und so weiter bekommen. Ich spule das ganz bewusst für euch vor, damit es einfach nicht zu träge sind. Weil manchmal sind die Packs halt auch nicht so gut. Aber manchmal sind die auch überragend. Und ihr seht das hier. Ich weiß schon, es ist ein Inform. Also safe schon mal eine Karte, die uns super weiterhilft. Und aber noch Lena Oberdorf, die ja sogar auch IV kann. Und wir brauchen ja sogar noch deutsche IV-Spieler. Leider mit 58 Pace vielleicht ganz optimal. Dahinter war aber ordentlich mehr Pace. 99 Pace Min Tee. Ja, aus, ich glaube Gambia ist es, von Feinroth. Wieso erwähne ich das? Das seht ihr gleich nochmal. Aus der Ehre-Devise. Genau, Gambia ist es. Ansonsten hatten wir noch Matteo und Alea und im zweiten 5 mal 80 plus. Also wie gesagt, das ist ja von den Tagesspielen, Tageszielen. Das ist richtig geil, weil das ist auch unfassbar hilfreich. Diese ganzen 80er bis 84er für die Team-of-the-Week-Picks, um es einfach aufzufüllen, damit ich einfach so eine Masse an Karten habe. Und so konnte ich dann noch hier den nächsten Inform-Pick machen. Ja, da hatte ich dann einfach wieder genug 83er, 84er, 85er, 81er zusammen. Das alles, was man halt braucht, konnte ein paar Schrottkarten abgeben. Und habe ich hier leider nur Ilyuchenko gezogen. Den hatte ich, glaube ich, im ersten Pick auch schon zur Auswahl mit Musiala auch schon auf dem dritten Spot. Das war nix, den kann ich wirklich, also der ist wirklich für eine Pactolori komplett unbrauchbar. Weil der wirklich, also er kommt aus der K-League und aus Russland. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Da gibt es ja wirklich nur null, also wirklich null Karten, mit denen du den verlinken kannst. Deswegen habe ich den auch direkt reingehauen in die 10x83+, mit dem konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Und in dem 10x83+, hatte ich immerhin Urbs. Ich hoffe natürlich immer, dass ich, also dass ich entweder was Spielbares kriege, klar. Das ist mit Urbs jetzt hier nicht so wirklich der Fall. Auch die habe ich ja gestern sogar in der, also beziehungsweise in der ersten Folge schon gezogen und in den ersten Team-of-the-Big-Pick auch reingetan. Aber damit konnte ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Oder dass ich halt eine Inform ziehe, ne, aus genannten Gründen. Und dann bin ich in meinen Verein gegangen und mir ist aufgefallen, mein Vifa, den wir aus dem Willkommens-Pack als Leier haben, spielt beim selben Verein wie MinT. So, aber damit nicht genug. Der Manager, den ich aktiviert habe, kommt aus Gambia. Ich meine, wie random, random, random ist es? Der Manager, den wir in unserem Starter-Team haben, ich habe den noch nicht geändert, weil ich hatte eh noch keine Manager-Liga, der war einfach drin, kam aus Gambia, genau aus der Nation, wo der Inform ist. Das heißt also, dass ich den Inform sogar mit Vifa leie und mit dem Manager auf Full-Cam kriege. Das ist ja insane. Ich meine, wenn wir jetzt mal vorstellen, wir hätten einen Gambia-Manager ziehen müssen, das schaffen wir ja niemals. Wie viele Bronze-Packs müsste ich wohl öffnen, damit ich einen Manager, also um gerade genau diesen Manager zu ziehen. Wir wissen ja auch alle, wie das ist. Wenn man versucht, dann genau diese eine Karte zu ziehen, dann kriegt man ja genau die auch nicht. Also das ist ja eigentlich immer so. Das Team konnte ich allerdings dann zumindest noch nicht mit denen umbauen, weil mir fehlt natürlich noch ein weiterer Eredivisenspieler, beziehungsweise auch eine Icon. Das wäre natürlich praktisch, damit ich die dann Full kriege. Und ein Holländer im besten Fall auch. Rort habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade nicht mehr, weiß ich nicht, beziehungsweise ich spiele ja gerade nicht mehr mit ihr. Die hatten wir ja noch in der ersten Folge im Team mit Haaland zusammen. Ja, ich habe noch ordentlich Siege geholt. Ihr seht sie, die Teams wurden nicht unbedingt schlechter. Es lief aber weiterhin super. Also ich kam richtig, richtig, richtig gut durch die WL-Quali durch. Das erste Spiel war mit Abstand ehrlich gesagt das Schwerste, was wir da mit 10 zu 7 gewonnen haben. Danach war die Abwehr auch ein bisschen stabiler und Paolo Futra und Talan haben richtig gut miteinander harmoniert. Vicky Lopez, das sieht man hier auch. Dribbling ist, wie gesagt, on point, ist wirklich eine Evo, die ich euch sehr empfehlen kann. Nicht nur, weil sie einfach unfassbar cool ist mit den Haaren und so weiter und so fort, sondern weil sie sich auch wirklich gut spielen lässt. Das ist sehr geil. Das Spiel konnte ich hier tatsächlich 14 zu 1 gewinnen. Fragt mich nicht, was da los war beim Gegner. Also ja, keine Ahnung, weil ich stand ja zu dem Zeitpunkt schon 5 zu 0. Habe gesagt, ich spiele die WL-Quali aus Zeitgründen auf 6 Siege. Die Rewards sind nochmal schon deutlich besser als bei 4 Siegen, die man ja im Minimum braucht. Und habe dadurch, obwohl ich noch kein Spiel verloren habe, mit Absicht dann die Weekend-League-Quali geskippt, damit ich dann ja auch direkt dann in die WL rein starten konnte. Das, wie gesagt, gibt es dann ja morgen dann die ganze WL, beziehungsweise übermorgen die ganze WL in der Folge, wenn wir den nächsten Tag voll machen. So weit bin ich auch noch nicht. Ich habe auch zum Zeitpunkt jetzt der, auf wo ich das jetzt hier für euch kommentiere, habe ich erst 3, 4 WL-Games gespielt. Also ihr seid, so wie es ja auch gewünscht, eigentlich immer fast up-to-date, wenn ihr dann auch das Video schaut, dass es da jetzt nicht irgendwie großartig, dass ich da so meinen Wein zu rückbinden oder so. Da achte ich schon immer sehr drauf. Aus den Rewards hatte ich dann zumindest mal ein 25-Cardback, ein 35-Cardback und noch ein 35-Cardback. Ich wollte unbedingt diese 35-Cardbacks haben, damit ich auch ein paar Verträge kriege, sowas wie Manager-Ligen, Verletzungskarten, Chemstyles. Das sind so Sachen, die habe ich bisher noch überhaupt gar nicht gehabt, denn aus diesen ganzen Tagesspiel-Sachen, wo ich viele Karten kriege, bekomme ich ja immer nur Spieler und halt nicht den ganz anderen Stuff, den ich ja auch brauche. Von daher bin ich, wie gesagt, ja auch auf die 6 Siege gegangen, weil ich das dort genau bekommen habe durch die 35-Cardbacks. Dann habe ich Rui Dias abgegeben, der hat zumindest ein Tor gemacht, kurz mal den Rasen geschnuppert und habe das nächste Zimmer 300 Plus gemacht. Drei Stück gibt es ja am Tag, Newcastle-Spieler. Ich dachte erst, es ist vielleicht Barnes, das wäre natürlich auch ganz, ganz cool gewesen, war allerdings Trippier, den ich echt auch von den Werten überhaupt nicht gebrauchen kann. Er ist halt Rechtsverteidiger, hat 77 Pace, ist so ein bisschen so wie Trent Alexander-Anhalt von den Werten. Er kann richtig gut passen, dribbeln, aber zockt halt keiner. Es spielt ja auch niemand mit Gold, Trent Alexander, also es spielt generell gefühlt keiner mit Trent Alexander-Anhalt. Es ist immer so ein bisschen schade, dass du solche Karten halt zu schlecht irgendwie spielen kannst. Letztes Jahr war das noch ein bisschen besser durch diesen Lengthy-Spiel. Hier konntest du auch teilweise so einen Gold-Cain und so einen Gold-Tony-Croos richtig geil spielen. Dieses Jahr finde ich es schon wieder sehr Pace-lastig, gerade auf den Außen, wenn du da nicht gefühlt mit so einem fremden Pong spielst. Wirst du eiskalt überlaufen. Wir haben die Szene gesehen mit Ronaldinho. Das wäre mir mit zum Beispiel Info-Tripier genauso passiert. Den habe ich also dann direkt wieder ins letzte 10-mal-3-8-plus-Pack reingetan und habe zumindest Rolfo gezogen mit Quarad Kelia. Passt sehr gut zu Osimen und natürlich zu Vicky Lopez. Also so gesehen ein cooles Pack. Cristiano Ronaldo war auch noch drin und ansonsten leider nicht so viel Spielbares. Gavi und Naschenweng, das war also ganz okay. Am Ende des Tag Nummer 3 stehen wir also bei diesem Team. Wir haben allerdings auch noch ein bisschen was in der Hinterhand mit beispielsweise einem Osimen und so weiter und so fort. Wir brauchen noch nicht mehr viele Spiele für Carlos Tevez. Das Team ist vorne gut, aber hinten kracht es komplett. Und damit enden wir diese heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen, wie gesagt, versuchen wir die Abwehr abzugraden und dann geht es rein in die Weekend League bzw. übermorgen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir mal einen fetten Daumen nach oben da. Checkt die Links aus in der Beschreibung, wenn ihr noch ein bisschen Merch haben wollt. Dann sehen wir uns heute wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.